Hey, hey, hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Video, Video, Video. Hey, meine Liebe, mein Lieber, ich hoffe, es geht dir gut und du hattest bisher einen guten Start in diese Woche. So, zumindest war das Wetter ja bei uns hier einigermaßen erträglich mit fast 18 Grad tagsüber. Wie war denn das Wetter bei dir? Ja, gut, naja, falls deine Woche nicht so positiv gestartet ist, mach dir keinen Kopf. Du bist genug und du machst deine Arbeit gut. Du machst deine Arbeit gut. Ich möchte, dass du dich jetzt voll und ganz auf dieses Video hier konzentrierst. Als Inspiration und Entspannung nur für dich, 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 dich da draußen, nur für dich da draußen. So, sit back, 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 and relax, 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 relax. Vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Also, falls dir dieses Video gefällt und du gern mehr Videos sehen magst, die dich entspannen und als Inspiration dienen. Hättest du Lust, dass ich auch einen TikTok-Channel eröffne, rund ums Thema ASMR? Ah, oder lieber nur hier die langen Videos auf YouTube? Mein Magen verdaut gerade mein Abendessen. Genehraire, Genehraire, Genehraire Genehraire. Genehraire, Genehraire�도 abezues dir. Genehraire, Genehraire, Kin beweims nach похoles. Genehraire, Genehraire und Geräusche. Genehre, Genehraire und Genehraire, Genehraire, Genehraire. Genehraire, Genehraire. Ich schehe euch, deine Instanzation, Julianale Genehraire. Einz, zwei, drei, vier. Thank you for shopping with us www.classyvoo.de Dear Alia, thank you for your support. I hope you love your new pieces from Classyvoo. Your order was packed with a lot of love. I hope you enjoy unpacking it. Classyvoo, cheerily. Classyvoo. Classyvoo. bestellt habe. Und ich bin nach wie vor super zufrieden und unendlich glücklich mit dem Schmuck. Ich trage auch jetzt natürlich wieder Classy-Woo Schmuck. Ich liebe an dem Schmuck einfach, dass der aus Edelstahl ist, dann vergoldet. Und das Ganze ist dann wasserfest, also sportfest, wasserfest, handwaschfest. Und das ist mir persönlich bei Schmuck viel lieber und wichtiger, als dass der aus Sterling Silber oder keine Ahnung, was für Materialien besteht, die übel teuer sind, aber dann dennoch anlaufen oder so. Denn das ist das Geld einfach nicht wert. Und dieser Schmuck, der ist sein Geld einfach wert, weil er viel langlebiger ist dadurch, dass er nicht anläuft. Zudem ist er auch allergiker geeignet. Er ist nickelfrei. Okay. Das sind, by the way, die neuen Verpackungen für den Herbst jetzt hier gewesen. Und sehen die nicht süß aus mit den kleinen Designs. Selbst diese Verpackung ist nachhaltig. der Schmuck, den ich bestellt habe, ist zum Teil aus alten Kollektionen und zum Teil aus der neuen Herbstkollektion, die bereits online ist. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, neuf, dreizehn kleine Symbole und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs mal Glitzer. Okay, bist du bereit, das Geheimnis zu lüften? Sind die nicht niedlich? Das ist eine Kette und ein Armband. Ich habe tatsächlich nur die Kette bestellt, deshalb sie hat mir das Armband noch dazu geschenkt. Und zwar ist das das Paris-Armband und die Paris-Kette. Und es gibt mir auch super krasse Emily in Paris-Vibes, muss ich dazu einfach mal sagen. Da ist ein Herzschlossanhänger, ein roter Lippenstift, eine Designer-Bag, ein Schuh und ein Schlüssel. Ich finde das super süß. Und ich kann mir das mit dem richtigen Outfit auch so, so gut vorstellen. Was meinst du? Ist schon niedlich, oder? Ja. Jetzt geht's. Schauen wir in die nächste Box hinein. Hier das selbe cute Herbst-Design. Mit Schleife, Boots und Kürbis. Ich finde das Design ist wirklich sehr gelungen. Ich bin ja sowieso ein großer Fan von Creme, beige oder weiß mit Gold. Das ist einfach... Und dann dieses schlechte, aber dennoch irgendwie schöne, auffällige Design. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Hier haben wir einmal ein paar Ohrringe und eine Kette. Und auf der Kette ist mein Name eingraviert. Leer, 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 Leer. Dazu ist noch ein süßer Perlenanhänger. Den habe ich allerdings selbst angehangen. Ich wollte nämlich diesen Perlenanhänger da dranhängen bzw. ich hatte den Perlenanhänger schon vorher durch eine vorherige Bestellung und dann dachte ich, das wäre eine süße Kombi und deswegen habe ich die Kette noch bestellt, um den Anhänger dranhängen zu können. Du kannst mir ja am Ende sagen, was du von den Pieces am schönsten fandest. Was ich noch sagen muss, möchte, dies ist keine Werbung oder Kooperation. Es ist alles selbst gekauft und meine eigene Meinung dazu. Unser letztes Paket. Wieder in dem normalen weißen, schlichten Design. mean und Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Lausche den Geräuschen und den Klang meiner Stämme. 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 Juryly für jeden Tag, für jeden Tag Und was sagst du dazu? Kannst du schon einschätzen, was dir persönlich am besten gefällt? Nun, ich muss sagen, mir persönlich gefallen sogar diese Ohrringe hier oben Die eckigen mit am besten die beiden Ringe natürlich, weil ich bin ein Ringfreak Und die Kette mit meinem eingrabierten Namen und dem Anhänger finde ich auch total, total süß Das sind meine Favorite Pieces aus dieser Bestellung und welche sind deine Deine, 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 deine Ein kleinen Moment, ich muss dir noch was zeigen Da bin ich wieder. Und zwar habe ich vergessen zu zeigen. Diese Haarklammer, die sich hier drin befindet, war ein Geschenk in dieser Bestellung. Ich muss sagen, die gibt mir total krasse Laverna-Vibes von Barbie, Fairy-Topia. Aber ich weiß nicht, ich liebe diese Farbkombi aus diesem weißlich-grün-rosa-lila-gelb so. Aber sie gibt mir einfach totale Laverna-Vibes und auch mit den lila-glitzer-Steinchen. Das ist so eine richtig süße Frühlingshaarspange. Und mit einem Code habe ich... ...dieses Dreier-Set an Scrunchies geschenkt bekommen. Es gab da so ein... ...deal an dem Tag und wenn man den Code eingegeben hat, dann gab es eben diese Scrunchies dazu, weil diese Herbst-Kollektion herauskam. Wir haben zwei von diesen normalen Scrunchies. Ein helleres, ein dunkleres. Und mein persönlicher Favorit ist dieser hübsche Scrunchie. Ist er nicht süß, Leute? So mit Teddy-Stauf und den süßen, kleinen, karierten Schleifen, der passt so perfekt in die Jahreszeit Herbst und Winter jetzt. Ich hoffe, du, 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 du konntest gut entspannen und dir deine Erholung fördern. Heute holen und dass du mir ja gut ausgerufen bist für den nächsten Tag. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne... ...wundervolle... Ich wünsche dir noch eine wunderschöne... ...wundervolle... ...gute Nacht. Sleep well. Sleep well. Good night.